Ich glaube, ich war schon überall drinnen. Ach so. Boah! Bitch! Wer ist hier der Perversling? Ich nicht. Oh! Das ist ja cool, das nehme ich mit. Zack. Was ist das hier? Ach so, wahrscheinlich Keramik. Mhm, und das nehme ich mit. Ich habe keine Spitzhacke dabei. Oh. Also von mir aus können wir weiter. Äh... Ja, wo ist denn unser Boot? Wohl ein bisschen Holz könnte ich noch mitnehmen. Ja, dann bau du noch ein bisschen Holz ab hier und handel mit denen. Nee, handel nicht. Ich habe nichts zum Handeln. Sehr interessant, was unter unserem Wasser ist. Okay, gut. Ich bin mal eben, äh, äh, Kaffee-Afka. Moment. Und, oh, das muss ich auch gleich mal machen. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Hm. Hm. Wenn er dann wieder da ist. Das sind interessante Bäume. Bisschen Holz mit für den Fall, dass wir was bauen müssen. Hätte man doch nur eine Axt mitgenommen. Naja, passt schon. Und, oh, diese Eier immer. Kriege ich vielleicht noch einen Baumsamen? Nicht. Ist da irgendwo noch Holz drinnen? Oh, tatsächlich. Ah, hier. Sehr schön. Ich glaube... Melonen haben wir zu Hause auch noch nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das ist auch eine interessante Bewässerung. Ich glaube, das ist auch eine interessante Bewässerung. Da muss ich doch kurz rein gucken. Was ist denn das für Holz? Tropenholz. Uh. Da können wir eigentlich alles mitnehmen. Schick, schick. So, aber hier ist doch bestimmt noch mehr. Da. Was haben wir hier? Seltsame Suppe. Was war das jetzt alles? Was war das jetzt alles? Okay. Okay. Ich glaube, das war alles hier. Warte. Nee, das ist die da. Okay. Das lassen wir hier. Da ist noch ein Dorf. Na, ist noch ein Dorf. Oh Gott, wo steht der? Im Boot. Okay. Kannst du den da so ein bisschen wegschubsen? Nee, kann ich nicht. Ja gut. Das ist nicht mein Problem. Herr Augenbach, Sie müssen doch mal auf sich bewege. Wie schnell kommt denn die Nacht? Ich habe noch ein Dorf gefunden. Komm, ins Boot. Oh. Wir müssen nicht weit. Oh. Folge mir. Follow me. Follow me. Ich kling dir am Arsch. Komm, fahr. Ich krieg dich. Nee, 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 nee. Da, 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 da. Wie so ein kleines Funke, Mariechen, ne? Du blinkst. Was ist das? Ach, ein Schiff? Habe ich schon geplündert. Du Arsch! Guck mal da vorne. Das sieht nach Hafentempel aus. Doch, nach Wüstentempel. Ah, du mit deinem Hafentempel. Nein, guck mal. Ich weiß auch nicht. Ja, Walter, man kann auch einfach anlegen. Oh. Was dann? Nix. Was hast du gefunden? Keramik? Ja, lass uns kurz pennen. Eine Armlänge Abstand. Warum hast du jetzt ein Orangenes Bett? Ich frage einfach nicht. Oh. Ich hoffe, du hast ihn nicht angeguckt. Den habe ich nicht angeguckt. Oh, er ist schon weggeguckt. Da war ein Enderman. Enderman! Wir kommen in Frieden. Wir haben das Schwert nur so draußen. Nur zum Selbstschutz. Die haben ja nix. Walter? Ja? Ich habe dein Bett abgebaut. Und? Jetzt müssen wir hier das Bett abbauen. Also wir müssen eine Nacht hierbleiben. Nee, du kannst nur Rechtsklick auf ein Bett machen. Musst nicht schlafen drin. Okay, gut. Das Blaue baue ich ab, ja? Danke. So. Äh. Gut. Oh, ein Turm. Oh, Walter war drin. Dum 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 dum. Oh. Warum hast du das nicht mitgenommen? Oh Gott. Huh. Das war knapp. Was hast du gemacht? Oh, nix. Na ja, ich sehe schon, wo du da hinten rumtingelst. Ah, lecker, lecker, lecker. Weißt du, wenn ich bedenke, wie viel, wie viel, äh, Glas ich brauchen könnte und dann in so einer Wüste bin, das ist schon gemein. Ja. Okay, hier ist nichts. Müsste man so eine Art Förderstrecke, weißt du? So wie bei allen, dass man immer... Ja, aber weißt du, wie viel, aber ich müsste mich, ich müsste mal gucken, wie das mit diesen Endertruhen funktioniert oder was man auch dafür braucht. Was ist denn, was sind denn Endertruhen, wenn ich fragen darf? Endertruhen sind irgendwie Truhen, die du halt mit Enderperlen, glaube ich, machst oder so. Ja. Und, äh, wenn du jetzt zum Beispiel hier eine setzt und du hast eine zu Hause, dann ist quasi in beiden Kisten dasselbe drin. Ah. Glaub ich, soweit ich weiß. Okay. Was halt in so einem Fall ziemlich geil wäre. Das stimmt. Ja, aber hier ist irgendwie nix Besonderes. Ja. Oder hast du noch was Gutes gefunden hier? Ich bin in der Höhle. Das solltest du vielleicht nicht tun. Warum nicht? Weil du du bist. Ah ja. Ganz einfach. Okay. Okay. Aber ich glaube, wir können wieder weiter. Ähm. Du hast einen Creeper hinter dir. Echt? Ist schon wieder Mittag. Kommste? Sonst gehe ich ohne dich. Ey, 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 ey. Warte. Werd' mir nicht komisch hier. Ja. Aber ist schon krass. So zwei Dörfer in so kurzer Distanz. Warum ist das nie da, wo ich baue? Ach. Es ist... Oh nein. Nein, 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 nein. Was hast du gemacht? Ich? Nichts. Bist du da? Ich kann nicht nach hinten gucken. Warum nicht? Das Boot braucht einen Rückspiegel. So ein aufgepimptes Boot. Ich fände es geil, wenn man so... Hört, da vorne ist schon wieder was. Ich fände es eben halt geil, wenn man so wie die Schiffe... Was ist das hier? Ein Wüstentempel. Sicher? Ja. Ist doch viel zu klein dafür. Das ist nur ein Brunnen. Wieso ist hier ein Brunnen? Da hinten ist nochmal ein Dorf. Was der? Ich glaube, ich ziehe um. Und da ist ein Wüstentempel. Boah, wie cool. Dorf und Wüstentempel. Du weißt schon, dass da wo du hingehst, ist der Wüstentempel. Ja. Du hast da schon so deine Erfahrungen gemacht. Ja, ja, ich weiß. Vorsichtig. Oh, ein Buch. Das nehmen wir doch mit. Gehst du jetzt rein? Hä? Gehst du rein? In den Wüstentempel? Ja, ich muss meinen Stigma da doch mal... Ich hoffe, du hast vorher hier irgendwo ein Bett angeklickt. Hab ich. Ich mach nicht zweimal den gleichen Fehler. Vorsichtig. Ja, ja. Ich guck nur rein. Walter! Ich guck nur rein. Ich klau nicht mal was. Obwohl ich schon wollte. Okay, also warte mal eben ganz kurz. Die Truhe hier... Stopp, stopp, stopp. In dem Link sind zwei Diamanten drin. Hier, das kannst du, die Truhe, die da offen war. Da will ich nichts von. Was ist das denn? Verzauberter goldener Apfel. Was kann das? Äh, ich glaub für irgendwas... Eisenharnisch, das ist gut. Diamanten ist gut. Da hab ich die von Verlust wieder. Schwarzpulver brauche ich erstmal nicht soweit. Sattel brauche ich auf jeden Fall. Und... Ich nehm mal die Farben mit euch. Ich glaub, die brauchen wir für Bögen. Bogen, genau. Die brauchen wir auf jeden Fall für Bögen. So, Schwarzpulver wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Oder? Ich weiß nicht. Also, ich glaub, Schwarzpulver ist halt nur für TNT. Und brauchen wir das wirklich? TNT hab ich neunmal jetzt. Ja, ich hab auch zwei. Also, die hatte ich vorher schon. Die hab ich hier, glaub ich, aus dem Boot oder so. Ich komm hier nicht mehr weg. Ich hab keine Spitzhacke bei. Weg, 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 weg. Folg mir einfach. Ich weiß halt nicht, wofür die goldenen Äpfel sind, tatsächlich. Ob wir die mitnehmen sollten. Ja, wenn die so funkeln, soll man die auf jeden Fall mitnehmen. Aber wofür genau die jetzt sind, weiß ich auch nicht. Ja, ich... weiß es nicht mehr. Für irgendwas waren die. Wir hangen die mich da einfach in die Luft mit dem Ding. Aber diesmal nicht, ihr Schweine! Diesmal nicht. Ja gut, dann wieder zurück zum... Ich glaub, wir haben hier alles geguckt, ne? Ach, die Felder sind auch eben kaputt. Da oben war ich. Mal kurz ein Bett noch anklicken. Ich glaube, das war's schon. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo bist du? Wo bist du? Am Turm bin ich. Ach so, dann um den Turm rum. Ach so, an dem Turm bist du. Siehst du mich hier? Da. Ja. Irgendwo da hinten war, glaub ich, der Brunnen. Ja, da hinten. Das müsste die richtige Richtung sein. Moment. Was dann? Moment, Moment, Moment. Moment. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da.